Ich lerne Deutsch. I'm learning German. Nummer 22 Nummer 22 Im Büro sind alle beschäftigt. Everyone is busy in the office. Vom Granatapfel is man nur die Kerne. Only the seeds of the pomegranate are eaten. Obst und Gemüse sind gesund. 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 Ich möchte bitte drei Kugeln Schokoladeneis im Hörnchen. Ich möchte bitte drei Kugeln Schokoladeneis im Hörnchen. I'd like three scoops of chocolate ice cream in a cone please. Matteo setzt sich aufs Bett und zieht seine Socken hoch. Matteo setzt sich aufs Bett und zieht seine Socken hoch. Matteo setzt sich aufs Bett und zieht seine Socken hoch. Der Hund trägt ein rotes Tuch um den Hals. Der Hund trägt ein rotes Tuch um den Hals. Der Papagei sitzt im Käfig auf einer Stange. Der Papagei sitzt im Käfig auf einer Stange. Möchtest du einen Burger mit Pommes frites? Möchtest du einen Burger mit Pommes frites? Would you like a burger with fries? Die Katze beobachtet den Hund. Die Katze beobachtet den Hund. The cat watches the dog. Heute gibt es Frikadellen und Kartoffeln zum Mittagessen. Heute gibt es Frikadellen und Kartoffeln zum Mittagessen. Heute gibt es Frikadellen und Kartoffeln zum Mittagessen. Today we have meatballs and potatoes for lunch. Max liest seinem Bruder Luca ein Märchen vor. Max liest seinem Bruder Luca ein Märchen vor. Das sind meine Bücher. These are my books. Ich habe im letzten Jahr zehn Bücher gelesen. Ich habe im letzten Jahr zehn Bücher gelesen. Ich ziehe mich warm an. Ich ziehe mich warm an. I dress warmly. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Der Wohnwagen ist 60 Jahre alt. Der Wohnwagen ist 60 Jahre alt. The caravan is 60 years old. Jeden Morgen bereite ich ein frisches Frühstück mit Körnern und Früchten zu. Jeden Morgen bereite ich ein frisches Frühstück mit Körnern und Früchten zu. Ich male einen Regenbogen. Ich male einen Regenbogen. Der Lieferdienst bringt die Kiste mit frischem Gemüse. 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 Isla hält ein Küken in ihren Händen. Isla hält ein Küken in ihren Händen. Isla hält ein Küken in ihren Händen. Ich habe eine Kiste mit Kleidung und Spielzeug für euch. Ich habe eine Kiste mit Kleidung und Spielzeug für euch. Mir gehört die Welt. I own the world. Das ist eine schöne Überraschung. Das ist eine schöne Überraschung. Die Pferde sind zum Ausreiten bereit. Die Pferde sind zum Ausreiten bereit. The horses are ready to ride. Ich hänge Vogelhäuschen an viele Bäume. Ich hänge Vogelhäuschen an viele Bäume. Ich lache viel und gerne. Ich lache viel und gerne. David steckt mir einen Ring an den Finger. David steckt mir einen Ring an den Finger. Wie oft schneidest du die Hecke? Wie oft schneidest du die Hecke? How often do you trim the hedge? Sophie ist in einem schwedischen Möbelhaus. Sophie ist in einem schwedischen Möbelhaus. Hanna spielt mit ihrer Katze. Hanna spielt mit ihrer Katze. Die Jacke ist mir zu warm. Die Jacke ist mir zu warm. Die Jacke ist mir zu warm. Wir genießen den Abend am Strand. Wir genießen den Abend am Strand. Soll ich es für dich als Geschenk verpacken? Soll ich es für dich als Geschenk verpacken? Would you like me to wrap it for you as a gift? Lena geht die Wendeltreppe hinunter. Lena geht die Wendeltreppe hinunter. Lena geht die Wendeltreppe hinunter. Paula fotografiert ihr Essen. Paula fotografiert ihr Essen. Welchen Müllsack verwende ich für welchen Abfall? Welchen Müllsack verwende ich für welchen Abfall? Sarah schlägt das Ei auf. Sarah schlägt das Ei auf. Das Shirt steht dir. Das Shirt steht dir. Das Shirt steht dir. Nico hebt seinen Sohn mit beiden Händen hoch. Nico hebt seinen Sohn mit beiden Händen hoch. Valentin trägt Zahnpasta auf eine Zahnbürste auf. Valentin trägt Zahnpasta auf eine Zahnbürste auf. Valentin trägt Zahnpasta auf eine Zahnbürste auf. Valentin applies toothpaste to a toothbrush. Der Hund hat eine Schleife im Haar. Der Hund hat eine Schleife im Haar. The dog has a bow in its hair. Der Junge fährt mit dem Fahrrad. Der Junge fährt mit dem Fahrrad. The boy rides his bicycle. Die Gläser stehen übereinander. Die Gläser stehen übereinander. The glasses are on top of each other. Maria putzt den Spiegel. Maria putzt den Spiegel. Maria putzt den Spiegel. Maria is cleaning the mirror. Maria putzt den Spiegel. Der Vogel sitzt auf einem Zweig. Der Vogel sitzt auf einem Zweig. Der Vogel sitzt auf einem Zweig. Ich gieße flüssige Schokolade über den Kuchen. Ich gieße flüssige Schokolade über den Kuchen. Ich halte mich an der Stange fest. Ich halte mich an der Stange fest. Ich halte mich an der Stange fest. I hold on to the bar. Die Farbe tropft vom Pinsel. Die Farbe tropft vom Pinsel. The paint rips from the brush. Das Schattenspiel. Das Schattenspiel. Das Schattenspiel. Das Schattenspiel. The shadow play. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Now there will be some repeats from the previous episodes. Der Vogel steht auf einem Bein. Der Vogel steht auf einem Bein. The bird stands on one leg. Die Brüder dekorieren die Ostereier. Die Brüder dekorieren die Ostereier. The brothers decorate the Easter eggs. Es ist niemand auf der Straße. Es ist niemand auf der Straße. There's nobody on the street. Ich fülle Erde in die Pflanztöpfe. Ich fülle Erde in die Pflanztöpfe. Ich fülle Erde in die Pflanztöpfe. There's nobody on the street. Ich fülle Erde in die Pflanztöpfe. Möchtest du auch einen Obstsalat? 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 Im Herbst fahre ich mit meiner Tochter immer ans Meer. Im Herbst fahre ich mit meiner Tochter immer ans Meer. In autumn I always go to the sea with my daughter. Lass uns Freunde sein. Lass uns Freunde sein. Lass uns Freunde sein. Let's be friends. Ich glaube nicht, dass Lukas pünktlich kommt. Ich glaube nicht, dass Lukas pünktlich kommt. I don't think Lukas will be on time. Gleich fliegen die Schneebälle. Gleich fliegen die Schneebälle. The snowballs are about to fly. Schau dir diesen Sonnenuntergang an. Look at this sunset. Anna erklärt mir die Maschine. Anna erklärt mir die Maschine. Anna explains the machine to me. Wir haben Äpfel gepflückt. 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 Und wir haben Äpfel gepflückt. Hier ist das nicht she? Subscribe to this channel, you help us to publish more videos for you.